willkommen zurück zu einer neuen aufnahme strafkunde online 2.0 sozusagen bevor es richtig los geht möchte ich diese folge nutzen um ein paar sachen so anzukündigen bis was zu erklären und so weiter und sofort vorab für die die das nicht begrüßen dass ich jetzt wieder zurück bin den sage ich gleich von vornherein dann schaltet einfach ab guckt euch was anderes an oder spielt selber oder was auch immer für die die sie die sich freuen dass ich wieder da bin ja herz willkommen zurück können natürlich gerne dran bleiben folgendermaßen und zwar und für die die fragen warum wir jetzt wieder ausgerechnet mit sowas spielen guckt euch den trailer dazu an da wird im grunde ist der selbst erklärend und ja genau und wie gesagt denen das nicht passt guckt einfach schaltet einfach weg und fertig dann müsst ihr es nicht sehen so kurze story wie ist das jetzt alles passiert und zwar ich habe in der zwischenzeit wieder ein bisschen mehr gespielt und ja folgendermaßen nett hat sowas bei einer jagd gefunden und ihn zurück ins neue lage gebracht schwer verwundet war sowas und ja hat ihn die suchenden und anhänger und novice ein bisschen aufgepäppelt hier den sowas und ja es ist so als dank dafür möchte sowas wieder der gemeinschaft des schläfers beitreten sie bestärken und dienen und hat angefangen auf den sumpfkrautfeldern zu arbeiten hat angefangen aufgaben zu erfinden hat angefangen pflanzen zu sammeln hat angefangen den lehrern die lehren wieder zu lernen und so weiter und das geht schon seit einigen wochen so sowas hat sich sozusagen wieder regeneriert hat sich wieder eingelebt und ja genau jetzt ist es so es sind sehr viele neue suchende und novizen da jetzt und es ist so ich nehme jetzt hier gerade zu einer zu einer zeit auf wo jetzt noch nicht so viele da sind dort vorne läuft roi rum wie gesagt sowas kennt jetzt eigentlich auch so gut wie alle neuen anhänger und novizen und so weiter und ich hoffe er schreibt jetzt nicht er schreibt bitte tue es nicht was ist denn das jetzt was hat der boy denn jetzt vor der roi ich weiß gar nicht glaube roi müsste man auch noch aus meiner staffel einsatz bekennen ich glaube der name der an sich der kam mir sehr bekannt vor als ich wieder angefangen habe ich glaube ich bin also ich bilde mir ein der war auch schon damals dabei jetzt nicht als anhänger sondern als une ihr wart ja lang weg und wie sieht es eigentlich um euer umgang mit der waffe nun ich denke ich habe soweit nichts nichts verlernt oder an meiner stärke verloren ich glaube ich habe vier prozent einhand und 24 stärke muss ich gleich mal nachgucken 24 24 stärke ähm ne 23 jetzt stopp 23 stärke sorry da kommt man mit mhm ok tun wir das einfach mal ah f lol ah ja ballrackner so ok klingt jetzt training oder wie keine ahnung wie gesagt wie ich schon sagte es sind sehr viele neue dabei jetzt so ein auch ballrackner ist einer von denen der schon anhänger ist und ich muss sagen hatten sehr geiles zweihänderschwerter muss ich sagen sehr cool design gefällt mir sehr gut könnte aber auch als als große einhänder durchgehen eigentlich muss sagen sie verdammt nice aus etwas unsicher zurück ok dann mal los so wen haben wir denn da twist ok achso und äh es ist auch irgendwas ich glaube es ist neu eingeblendet das mit der kurzinfo ist glaube ich neu eingeführt worden kannte ich jetzt bis gestern noch gar nicht ähm kann auch natürlich schon sein dass die schon länger im spiel ist aber ich wie gesagt ich kannte es halt noch nicht und zwar ist es so wenn man eingibt slash kurzinfo und dann den text dann kann man zum beispiel sowas emoten so ein dauer emote sozusagen einfügen der zum beispiel da steht da äh sowas sieht verschlafen aus oder sowas hat oder halt je nachdem euer spieler halt oder euer charakter und dann mhm mhm hat ein hat einen blut durchgebluteten verband am rechten oberarm oder irgendwie sowas ja so solche sachen kann man dann dauer emoten oder zum beispiel trägt äh eine große ladung reis mit sich rum oder irgendwie sowas ähm da wie gesagt bis gestern kann sich das halt noch gar nicht ähm und ja fand ich ziemlich cool ja ja jetzt bin ich auch gespannt was Roy mit mir vorhat wir sind hier halt im neuen lager wieder halt so wie ich es ja gesagt habe äh es ist auch so viel passiert in der welt da möchte ich jetzt aber eigentlich noch nicht zu viel spoilern die lager hat sich seitdem ich oder seitdem sowas versucht hat oder eigentlich nicht versucht hat sondern einfach vom damm geflogen ist äh hat sich die lager im jahr im wandel der zeit halt verändert ähm die situation zwischen altem und neuem lager hat sich halt zugespitzt Sumpflager ist weiterhin unverändert da haust immer noch ein lukor rum zumindest weiß sowas so viel mehr nicht ähm seitdem hat er ja auch nie wieder was irgendwie davon gehört ähm ansonsten es sind auch noch alte charaktere dabei zum beispiel Gorr Garrett, Ruvan ist noch immer dabei Ned ist wie gesagt dabei und jetzt ist es so schön dunkel ich sehe ich Ich sehe gar nichts alter ich sehe halt echt gar nichts So sehe ich leicht mehr okay ich weiß jetzt nicht was damit vorhat Ich muss doch erstmal diese ganzen Emotes wieder So manchmal so slash sit oder slash anbeten oder irgendwie sowas muss man sich erstmal wieder lernen so alles Oder slash liegestützt oder sowas ist ja ein classic green ist ja überhaupt nicht gab Irgendwas testen was ich fand so mein freund ihr werdet mich jetzt mit eurer waffe angreifen Da werde da ich werde versuchen sie zu parieren wenn ihr durch dann reicht ein schlag ich will testen wie stark ihr seid Mimus grinsen Welche Waffe Nee warte jetzt muss ich es richtig jetzt muss ich es ja rausholen Welche Waffe Kannst du mir denn Geben Weil wenn ihr sicher kann man ja jetzt nicht wirklich das Waffe sondern immer das Arbeitsgerät einstufen Jetzt bin ich ja mal gespannt was er darauf angibt Ich meine klar meinte er natürlich Nun ich würde Dann sagt aber auch Das ich euch mit meinem Arbeitsgerät Arbeitsutensil Utensil Utensil Wird Arbeitsutensil so geschrieben Also was soll ich jetzt ihr werdet mich jetzt eure Waffe angreifen und ich werde versuchen sie zu parieren wenn ihr durchkommt dann reicht ein schlag ich will testen ok Okay bin durch und jetzt es geht wow wer läuft denn da Ich hätte noch eine Spitzhacke die ich aus irgendeinem nicht einzusehenden Grund noch im Inventar hatte als ich mit dem Charakter wieder gespawnt bin Syrus ist hier So was ist du kommst perfekt Was ist Was ist So Gibt es jetzt hier Training oder was wäre natürlich ziemlich cool gleich in der ersten Folge Ah hier Der hat jetzt zum Beispiel diese Kurzinfo eingefügt Seinen rechten Arm zieht eine lange Narbe Er hat seine linke Hand immer am Schwertgriff Ich gebe dir 50 Pocken dafür trainierst du mit sowas Oh cool Freundliche Geste Echt verdutzt Ich glaube ich glaube es wird zugeschrieben Dann aber ein schnelles Training ich habe es eigentlich Ja Stärke und Einhand wäre ganz neu ist ne Ah Das D vergessen Gut ok Jetzt ist es hier super dunkel Fackeln hat auch irgendwie keiner dabei Oder ähnliches Jetzt muss ich mich wahrscheinlich erstmal warm machen oder so So Syrus sagt mir jetzt auch an sich so nichts Zumindest glaube ich diesen Namen jetzt nicht zu kennen Dann rüstet mal dein Ast aus und zeigt mir was du schon kannst Ähm Ich habe Nur meine Sichel Leicht Verlegen Dann Dass ich die Spitzer gehabt das sage ich dem jetzt natürlich nicht Ich glaube es kommt nicht so fresh Ich hätte zwar die zieht er mir dann ein Und ich sehe natürlich gar nichts Oh cool Cool ich kriege ja noch ein Ast Hui Gib der irgendwas ein ich sehe es halt nicht Äh der gibt irgendwas ein der macht jetzt den Trade Befehl Fail Fail Haha Haha Nice Gigi Streich dir ne Maus Haha Bill Willkommen Du Le... Gle... Gle... Gleich... Wieder Kann ich jetzt ... ... Okay, lass stecken, ich brauch, sowas brauch ich nicht, dann schwing die Waffen mal, okay. Okay, sowas versucht elegant den Ast in der Luft kreisen zu lassen. So, Slash, dann eins habe ich das, genau. So. Jetzt warte ich, bis der durch ist. Oder ich mach mal kurz Slash-Word. Ah, fuck ey, ich hab da nie Glück. Wie zeigt einige unkoordinierte Bewegungen. Der ist ein wenig eingerostet, das ist korrekt. Ja, das stimmt, ich bin wirklich, oh shit, sorry, bin ich ins Mikro gekommen. So. Zieht seine Waffe, ich mach, ich mache vor und du machst nachverstanden. Klar. Ich sehe halt wirklich, es ist halt super, super dunkel. Äh, ich werde es versuchen im Videoschnittprogramm ein bisschen heller zu drehen, äh, heller zu machen. Und, ähm, dass ihr ein bisschen mehr seht, weil YouTube rennt er das glaube ich noch ein bisschen dunkler. Also, also einmal nach rechts schwingen. Dann direkt, wenn du komplett rechts bist, dann nach links. Hm, sehr gut. Wuhu. Wenn ich den anfo- Ah, verdammt. Okay, wenn ich den Typen anfo-ke, dann ist er ein bisschen heller, das heißt man sieht ihn besser. Jetzt einmal nach vorne und direkt die Waffe schräg halten. Ich will dich aber auch nicht erwischen, wenn ich in der Zone bin. Sieht gut aus. So, mal gucken, was jetzt kommt, jetzt bestimmt nach vorne und dann gleich eine Parade oder irgendwie sowas. So, und jetzt geh, geh an Stein und hau paar Mal drauf. Hm. Neu. Gucken wir, ob sie jetzt zufrieden sind. Sehr gut, das müsste erst mal reichen. Juhu. Ist natürlich auch ein Scheiß-Name. Z und Y ist natürlich bei der englischen Tastatur direkt umgedreht. Man muss also Y und Z drücken, ne. Krasser Boy. Jetzt habe ich 15,14 stecken, juhu. zeigt mir diese Hilfe. Ab, ab. Ab, ab, def. Ab. Ab, ab. Ab, ab, ab. Danke für diese Einheit. Nein, kein Problem. Ich bin nicht so, dass ich natürliche. Das Spiel wegger hogy. Joa, hat gut getan. Aber eine Frage. Woher hast du so viel Erd? Ich dachte, wir dürfen nur wenig Besitzer. Sagen wir es so, ich habe das Erd bei einem Turnier gewonnen. Und die Templer? Und die Novizen und Templer haben nichts dagegen. Weil früher im Sumpflager war es so gewesen, durfte man eigentlich gar kein Erd besitzen. Dann wurde es, ich glaube, dann wurde es so gemacht, sobald wir im neuen waren, war es nur so ganz kleinere Mengen. Also so 30 Erds maximal oder 40, bild ich mir ein. Sie wissen nichts davon und ich setze sie ja auch nicht für Gier ein. Eben Symbole der Wälder. Hm, stimmt auch. Ich hoffe, du wirst, du wirst, du wirst, alter, wirst nicht erlischt. Der Typ hatte nur einen Disconnector. Danke, Sirius, für die Einheit. Das ist dann mein Problem. Na ja, gut. Das ist dann mein Problem. Danke, Nett. Äh, oh Gott. Danke, Nett. Danke, Roy. Die 50. Jetzt schuldere ich ihr. So, jetzt wird es auch endlich heller. Du schuldest mir gar nichts. Hm. Das nenne ich Brüderlichkeit. Jetzt habe ich einen coolen Ast, man. Und ein cooles Training, man. Das ist echt nice. Der Ast, macht er eigentlich mehr Damage? Nee, leider nicht. Die Sichel macht mehr, aber der Ast hat eine höhere Reichwelle. Was willst du eigentlich später in der Bruderschaft werden? Hm. Ich muss sagen, dass mir das Amt des Templars sehr interessiert immer weil ich auch vom kämpfen eher habe als als von Magie. hoher Novize was macht denn hoher Novize bitte Ich bin zwar etwas Eingerostet 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 aber das wird schon so sowohl als ja das ist die frage also ich bin auch andererseits schon gefragt worden es ist so ich werde es wie früher machen ich werde es ko spielen und gleichzeitig aufnehmen also weil ich bock habe aufzunehmen oder was interessantes passiert werde ich auch aufnehmen ja also ich werde beides machen aber ich werde es in dem natürlich nicht ankündigen wenn ich jetzt sage dass ich jetzt aufnehme oder so dann schreibe ich halt sowas wie ja vielleicht oder so also man muss immer damit rechnen wenn ihr mich online seht müsst ihr immer damit rechnen dass ich aufnehme oder halt nicht aufnehme je nachdem das ist ihr wisst das halt nicht das ist der reiz auch so ein bisschen für mich selber so 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 ok ähm für mich ist aber erst mal die frage wichtiger was ich mache sollte ich anhänger werden ich arbeite zum beispiel gerne aus dem so grauen feld so ähm genau was soll ich sagen genau ich habe auch schon mit den templern wieder geredet und ich habe auch schon mit den templern wieder und so weiter die beobachten mich halt und entscheiden dann je nachdem ob ich dann wieder anhänger werde oder auch nicht ähm genauso wie die novizen zum beispiel i3 team der mit dem habe ich jetzt wieder kontakt und mit net sowieso und mit den ganzen anderen anhängern auch und mit auch einigen suchenden ja alles in allem werde ich dranbleiben und zusehen dass ich wieder anhänger werde klar das ist sozusagen meine alte position wieder einnehme die sache ist die momentan mit lucoa die sache ist die momentan mit lucoa kann ich nicht sammeln gehen was pflanzen angeht da das tor geschlossen ist darum bleibt ihr als auffällt nichts anderes übrig übrig was und das feld kann ja leider kann ja jeder arbeiten dennoch solltest du dir was von i3 abholen ein amulett das beweist dass du zu uns gehörst das verstehe ich jetzt nicht so ganz was das amulett jetzt wo bist du ach ich hasse dich ach feine ich werde nie vergessen wie der mich mit ach wie hieß die schlampe lena ja ich glaube lena war es ich werde nie vergessen wie der mich mit lena abgezogen hat ey dieser pisser vorher noch einen auf gut blut gemacht ja und dann ach wenn du das jetzt siehst ich habe nicht vergessen was du getan hast ich habe es nicht vergessen keine panik und das werde ich auch nicht vergessen das wird auch sowas nie vergessen es gab ja öfters probleme mit den reisbauern dass die suchende zum reisflügen gezwungen werden darum habe ich bei goruvan gebittet goruvan goruvan gebittet dass er etwas herstellt dass die suchenden sich beweisen können dass sie einer sind in der öfters droht momentan tern haben mich die reisbauern nur ange quatsch goed Oh, jetzt nimmt er die Leertaste nicht mehr, so, sorry, nur angequatscht, aber nie, wie zum Arbeiten gezwungen, boah man, ich muss ein Relog machen, bin zum Arbeiten gezwungen, sind, diese Amulep, jetzt schon, bei IT Prime, ah, wird falsch geschrieben, IT Prime, abholbar, was ist denn du jetzt, ah, Praxas, krass, dein Name übrigens, guten Morgen, guten Nacht, da rennt er weg, wenn er da ist, natürlich, Ich werde ihn zeitnah aufsuchen, Moment, zeitnah ist jetzt kein, ja, ich muss auf, ah, aufsuchen, Punkt, boah, ich brauch dringend einen Relog, Ich gehe mal, ein paar Runden schwimmen, als Morgensport, Wir sehen uns später Und danke für, ah, für die Finanzierung des Trainings So eine Info, die Spawnzeit für das Kraut hat sich geändert, das dauert nun viel länger, bis man sehen kann, noch länger? Das ist echt krass, das ist noch länger dauert Oh Gott So So, ziehen wir sozusagen von Dunnen Und, ähm, ja, ich hab jetzt leider auch keinen Plan, wie lange jetzt die Folge ging Äh, es ist ja so, dass SKO jetzt an sich ein Endlosspiel ist, sag ich jetzt mal, es ist ja kein, kein geskriptetes Ende vorgesehen Zumindest nicht bis zum Reset Ähm, und, ja, es wird so sein, dass die Folgen einfach mal, entweder so mal, also mindestens 15 Minuten, darauf achte ich schon, dass sie nicht zu kurz gehen Äh, also, dass sie mindestens 15 Minuten gehen Dass dann aber halt auch einige Folgen länger gehen Oder kürzer gehen, je nachdem, das wege ich dann immer ab, wie ich schneide Momentan ist jetzt noch nicht so viel los, wobei Ja, gut, es geht Äh, ich hätte in einer, ich werde in Kürze nochmal reingucken heute Und werde dann die nächste Folge aufnehmen Und, ähm, ja, wie gesagt, also die Folgen werden sich so zwischen 15 Minuten und einer Stunde halten, immer Irgendwie, irgendwas in der Dreh So, werde ich drauf achten Ähm, diese Folge dürfte jetzt länger als 15 Minuten schon gegangen sein Äh, 20 oder 15, so nicht mehr Namen Ähm, und ja, ich würde einfach mal sagen Äh, ich bedanke mich fürs Zusehen, ja Schön, dass ihr wieder da gewesen seid Oder da seid wieder Und, ähm, ja Wir werden sehen, was uns wieder erwartet in der Kolonie Es hat sich viel getan, es ist viel passiert Und So Nein, leck mich So Und, ähm Ja Was wir in den nächsten Folgen so machen werden Da lasse ich mich selber noch überraschen Bis dahin Macht's gut Und Ciao 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 Ciao